Basis für eine lange Verzögerung, das Negro-Bahn-Race-Team aus Nuno ist als nächstes mit laufendem Motor und der Röntgenautomone vernehmend, das Comic-Bread-Race-Team. In Ostdeutschlands gab es ja viele Jahre lang die einzige gehämigte Dragster-Strecke rund um sein Top-Qualifier mit einer 891. Diesmal ein Fortschritt für Fendi, der am hinten habe leichte Richtungsprobleme, bleibt auf seiner Wartwärme, 78. Der Fahrrad hat ja nicht bemerkt, dass er die Daktion, was wir hier sind, sind wir gerade ungelegen und ein Volk ausgegeben, das heißt wir nicht alles, was wir hier vorhaben. Das ist der Reinerti. Vielen Dank. Das war die Erwachsenen, das ist doch gelegen. Die Erwachsenen sind gerade ausgerichtet, die wir jetzt gerade imischen Auto rücken. Die Erwachsenen sind gut. Die Erwachsenen sind gut. Die Erwachsenen sind gut. Dann kommt der Motor hier auch noch fast. ...und in den Sekunden für den Index waren wir nicht da. Sie sind nicht an die Wächsten, die wir nicht an der Krippe der Kompetition-Karls-Qualifikation ablösen. Aber da hat Ingo Eckert auch noch ein Röttchen mitzureden, mit dem Bit-Lock mit Kompressor-Aufladung, den wir dort stellen können. Sein Passungsindex ist eine 7-6, vorhin ist er nur mit einer 7-10 Sekunden-Zeit angekommen. Und was hat der Fall aus Zusterlingen jetzt aus? Schon wieder geht's in Richtung Wand und ich weiß nicht, ob Ingo Eckert da ein bisschen Flüssigkeit hinter sich hergezogen hat. Für mich sieht's aus, als hätten wir eine dünne Flüssigkeitsspur auf der Bahn. Eine 8.5 diesmal für René Meierhofer. Und das ist eine neue persönliche Feststellung von René. ... und der ersten Dodge Charger auf der Wander-Null-Strecke. Schon im Dorn auf zu sehen, den aerodynamische Kniff, den die Teams seit einigen Jahren haben. Die Rückleuchtenattrappen links und rechts unter den Hexpoiler. Die sind beweglich gelagert. Die können sich beim Fahrtweg öffnen und einem geländelnden stehenden Niederdruck unter der Klausel auch niemals nach hinten freilassen. Die Hexpoiler, die bei den Freaksters eine große Familie mit Hexpoiler sind. Und die sind hier in Italien. Die sind hier in Italien. Die sind hier in Italien. Als nächster war, wieder in Italien. Man hat sich lauchte, die in Italien. Man hat sich dieawltappe die Italien. Nichts, ich bin das, weil es nicht in Italien. Vielen Dank.